Hallo, Henrik hier. Heute will ich euch mal was erzählen über den Adobe Express Einladungsgenerator. Jeder kennt das ja, man hat eine Einladung zum Geburtstag, Hochzeit, zum Kaffeetrinken am Wochenende, was auch immer. Und da will man schnell und einfach mal eine Einladung erstellen, die dann ein bisschen besser aussieht. Dazu gehen wir am besten auf die Adobe Express Seite unter www.adobe.com-express-create-invitation und da kann man sich dann aus den entsprechenden Templates eine entsprechende Vorlage aussuchen oder komplett neu von Null auf anfangen, kann sich da seine Einladung schnell und einfach generieren. Meistens sind ja dann die Texte schon so ein bisschen vorgegeben, das ist dann also noch einfacher. Und wenn man dann fertig ist, kann man das Ganze dann abspeichern, beziehungsweise als Bildchen, JPEG oder PNG runterladen oder als PDF oder das Ganze gleich dann schon entsprechend in die sozialen Medien verschicken. Üben über den Freigeben-Button, entsprechend mit dem Scheduler auch beispielsweise in den Kalender eintragen und dann entsprechend auf Instagram, Facebook oder wo auch immer entsprechend verschicken. Ja, dann viel Spaß beim Einladung verschicken. Bis zum nächsten Mal, euer Henrik.